Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Aram und in dem heutigen Game spiele ich Wukong im Jungle. Mit dabei sind die Alexa, der Leon, der Nico und die Jessie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wollen wir W.O.B., ne? Holst du wieder deinen Boss raus, hab ich gesagt. Oh, yeah. Einen Boss. Ja, der ist auch geil, der Skin. Ja, hab ich auch. Ah, der ist so toll. Keine Ahnung, wie Weiger gegen M.I.S.A. ist. Na ja, okay, kommt halt drauf an, du hättest hier Dingens mitnehmen sollen, dass du aus seiner Ultras kommst. Ansonsten... Dö. Ich geh ja tank weg. Ach so, nicht. Es gibt nichts. Äh, sorry, aber es gibt nichts, was dich aus der Ulti raushaut. Äh, die ist... tut es nicht? Nein, tut es nicht, noch nie. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Bin der Helden-Lol-Noob. Lass mich. Aber das ist tatsächlich ein ziemlich verbreiteter Mythos. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Aber warum geht das nicht? Es beschiss? Weil es nicht zu pressen, weil es nicht zu pressen ist. Es hilft nicht gegen die Warfic-Ult oder gegen die Meiser-Ult. Oder gegen die Skana-Ult. Genau. Gegen die Suppressen. Das sind die drei Gems, die Suppressen haben. Ich wirkte ab nicht. Haha, hab schon zwei AP. Hahaha, game ist gewonnen. Ja. Dann können wir uns ja alle zurücklehnen und in die Base gehen, ne? Ja, genau. Du machst das schon. Ja, ich geh auch mal kurz in die Base. Da, das schwarze Pau, was ich öffne. Oh, gehen sie jetzt raus? Hätte ja sein können. Man kann es ja versuchen, ne? Und dann ist der AP. Und dann ist der AP. Ist der noch mal, Marc? Ist der noch mal zusammen? Will der Clown? Westpaulane? Mag kein Witz. Was? Kann man das im Bilden? Hahaha. Alter. Erdinger. Hahaha. Du bist wahrscheinlich auch noch so eine, die Oettinger trinkt. Ich bin... Hahaha. Oettinger. Hahaha. Hab ich mal getrunken. Jetzt geht's aber los hier. Ja, Oettinger vor allem, das ist ja unsere... Ich konnte mir das andere nicht leisten, aber ich lieber das gekriegt. Oh weia. Ja, besser als gar nix, ne? Ja, richtig. Gleich geht's hier mit Ratskrone los. Hahaha. Krone. Okay. Wer das so öfter frisst auch Türklinken. Boah. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das falsch gemacht. Siehste. Ja. Egal. It happens. It happens. Ich hab grad Top-Plan geküttet. Ja, kriegt er das. Top-Plan läuft. Ja. Ey, der hat mit 50 HP überlebt. Wie hoch hat er den Anschluss gerettet? Danach noch. Ja, das ist halt immer risky, wenn man versucht fast Platz zu holen. Ach, ich hab ja noch kein, ähm, noch kein Heal-Munsch, der gestern gemacht. Ich hab falsch geskillt. Ich hab vergessen, dass man als zweites Civil skillt. Noob. Es ist auch gut, dass er seine scheiß Viecher macht und sich da meine Qs mit aufladen kann. Ähm. Ernsthaft? Boah, ich bin echt WoW-Noob geworden. Ich merk's. Ah, ne, äh, LoL-Noob. LoL-Noob. LoL-LoL. Entschuldigung. Jetzt bin ich schon wieder bei WoW. Zu viele Spiele. Amarami. Ali war Top-Plan. Ja. Wer? Ali? Li, Mohamed. Ich hab Ali verstanden. Ja, Momente Ali. Ah, ach so. Er hat gesagt, ah, lieber Top-Lane. Alles klar. Ja, es wird immer wieder am Trollen, ne? Na, ich krieg jetzt keinen Fall mehr. Ich komm gleich Top. Ja, bitte. Ja, bitte. Hm. On my way. Ich will aber keinen Fall mehr, ne? Ja, macht nichts. Ich versuche ihm nur ein paar vor Regoschen zu onnen, das reicht ja. Aber wenn er noch zwei Sekunden war, das hab ich mein Knock-Up immerhin, ja. Ne, ich bin schon da. Er hat kein Flash mehr. Ja, der ist tot. Du. Hilfst du mir noch mal kurz? Äh, ja klar. Wenn du das möchtest. Ja, ich will ja so schnell wie möglich wieder weg. Meist flamen die Laner, ja. Äh, get out of my Farm! Wir machen sowas nicht. Außerdem weiß ich ja, dass ich nicht gut fahren kann. Ihr seid ja auch nette Menschen. Ich muss ehrlich sagen, er hat noch weniger Farm als ich und er verliert jetzt. Erfahrungspunkte und fahren. Auf jeden Fall. Ist mir viel mehr wert. Einfach mal, wenn man so nett den Rami um nen Gang fragt, dann komm ich auch gerne vorbei. Yeah. Nicht so wie der Sion eben. Naja. Hat er geflamed? Ja. Ja. Und dann sagt der Rami halt, weil... Ich sage gerade, jetzt geh ich mal hoch, dem Topliner helfen. Und dann kommt der harte Flame wieder. So sag ich, okay, hat sich erledigt, ne? Gibt doch kein Gang. Gibt doch kein Gang. Wie, Mitte? Nee. Haha. In WoW aber eben genauso. Da war einer so am rumheulen im BG, dem hab ich dann geschrieben, Junge, solltest lieber ins Bettchen gehen. Warum hat der denn rumgeheult? Naja, weil wir am verlieren waren. Naja, weil wir am verlieren waren. Allerdings zweitmeisten Schaden hat natürlich wieder der Rami gehabt. Aus dem ganzen BG. Der nächste Hortler kam auf Platz 9, glaub ich. Und ja, war halt nicht viel zu machen. Aber da hab ich dann einfach gesagt, geh lieber ins Bettchen und spiel morgen wieder ne Runde. Also Lisanne hat keinen Flash mehr und ich bin trotzdem noch weggekommen. Und gleich mit 20 HP. Ich komm wieder Toplane. Sehr schön. Er hat auch alle Tränke raus. Mhm. Ne, eine Lattung hat er noch. Ich guck nur, ob die Krabbe hier ist, dann mach ich die erst und danach bin ich bei dir. Ne, ist nicht da. Ich komm mit Top. Er hat aber gewordet, ne? Oh, das macht nichts. Hoppa, denn die Spiel. Da er noch keine Ult hat, ist er tot. Danke dir. Immer wieder gern. Ah, ich werd da nicht hin. Alles cool. Als nächstes komm ich Botlane. Toplane... Toplane dürfte jetzt stark genug sein. Ja, ne. Ja, war schade, dass ich beide Kills gekriegt habe. Aber du bist... Doppelte Farm jetzt vorne. Zwei Assists. Alles cool, den hol ich. Wenn er noch hier ist. Gucken wir mal. Ne, ist raus. Da ist er. Da ist er. Komm her, Junge. Pass auf die anderen Beinen, komm auch. Sie... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ja, bei mir ist noch alles cool. Ich hab jetzt Ult. Schild. Wollen dich aber immer noch haben. Ja, ja. Na klar. Ne, ich verschwenden vor allem auch wieder. Jesse heilt erst mal die Pucke. Ich bin da. Ach so. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab einfach nur gemacht. Du brauchst Hilfe, Leute. Ne, ne. Mach's schön. Okay, Tari, kein Expo. Und Tari. Nein! Alter, ich noch den Flash geschafft. Boah, wie an Lucky. Hätte ich auch nicht gedacht. Das hat mein Turo voll auf den Bach. Willst'n Blue-Buff, Vega? Bleib gleich hier. 3. Schön. Ja, passiert. Ja, ich war froh, dass ich im Endeffekt noch überlebt habe, ne. Ja, sag mal, ganz useless bin ich auch nicht über meinen Diode, ey. Genau. Gibt's hier nicht. Können wir nachher abwarten, ey. Dann machen wir den Platz. Gibt's ihnen, hart und schmutzig. Ja, der denkt auch, ich bin hier. Ja. Wie, falsches Spiel. Völlig. An was für'n Spiel denkst du denn jetzt? An WoW. Wie, da gibt's hart und schmutzig? Aber auch, Cut. Ja, wer weiß, was Alexa da spielt? Ach ja, jetzt weiß ich. Schon verstanden. Sagte WoW. Oh, man. Schon verstanden. Alles klar. Ja. Oh, nee. Können Sie bitte wollen das chillen. Da müsste eigentlich der Toplane mal helfen, ne. Hm? Ich sage, da müsste eigentlich der Toplane mal helfen. Nee, der kommt lieber mich ab, weil ich Wayne bin. Ja, gut. Ist ja auch verständlich, ne. Ich fang die halt deswegen. Der Wayne ist halt immer so ne Sache. Obwohl ich Wayne zu 90% der Games nicht mag, wenn's in meinem Team ist. Aber tatsächlich, Alex... Äh, Wayne ist, äh, Lee ist Mitte. Mitte. Vorsicht. Ja, der war eben schon bei uns. Wow! Der hat geklatscht. Schade. Ah, ich denke nicht. Schade. Komm, den Lee kriegen wir noch. Den kriegen wir. Ach ja. Wie der sofort aggressiver wird, auf dem er gesehen hat, dass ich meine Ulti benutzt habe, um Minions zu fressen. Hm. Ich mag aber die meisten Toplane, also. Aber ganz, ganz trauend will ich trotzdem noch nicht. Oh, Twitch. Ich wusste, Twitch gegen Wayne, das ist... Guck, das war einfach nur Lucky gerade. Ja, aber jetzt schon 3-0, ne? Ja, und? Ja, mach das. Selbst wenn der 20-0 steht, ich dann nimm der Ulti vom Jahr und... Tö-tö-lü. Braucht er auch. Ich bin schon drauffressen. Das war meine Schuld. Alles gut. Das war einfach nur Lucky von denen. Alles gut. Tarek noch weg kam, trotz Tower-Shots. Ui. Also, geworden kann er da nicht haben. Wenn, dann muss der ausgelaufen sein. Tja, dann wollen wir noch mal gucken, wa? Ah, Flash raus. Sehr schön. Aber ich geh jetzt mal ein bisschen Botlines hinten, ne? Ja, mach das. Ja, die sind nicht mehr da. Brauchst du den Gang auch? Ne, ich bin ja jetzt auch erstmal Base, aber wenn ich zurück bin, dann komm ich zu euch. Ja, ich brauche noch... Weil wir unseren Mädels ein bisschen unter die Arme greifen. Das nervt mich grad nur, dass die noch wegkamen. Weil die Tower-Agro hatten. 4-0 steht da schon. Versuch mal vernünftig nur zu farmen. Ach man, schon wieder, ey. Keine Fights mehr eingehen. Ey, der macht immer seinen scheiß Unsichtbar-Kacke und dann... Jaja. Ey, ihr dürft keine Fights mehr eingehen. Ach so, das ist das. Lee ist hier bei mir. Kommt Mitte oder Bot? Kann ich noch nicht sagen. Ne, ich glaube der will Mitte von hinten. Der ist versuchen. Ne, das macht er. Ich bin aber auch gleich bei dir. Tschakka. Und den auch noch. Wie gesagt, das hätte der 20 Stunden früher probieren sollen. Ja, man hat's aber gesehen. Ich komme jetzt Bot. Keine Ult mehr. Weißt du, ich hab den ja auch gesehen. Deswegen stand ich ja auch provokativ gedacht. Nice. BAM! 7-0. Äh... Ne, lass Drake machen sofort. Sind alle tot. Midlaner, Jungle, alles tot. Hab eingestellt. Ich hab noch keinen Smite, deswegen hätte ich hier gerne Hilfe. Kannst den fressen? Dann mach. Ja, bei 1.000. 1.100, 1.200. Ja. Ja. Okay, dann friss. Good job. Wollte sowieso weg, weil ich den Gold hatte. Nehm ich doch den gratis Deck gerne mit. Ha, das denk ich auch. Äh... Blue Buff? Nico? Wenn nicht. Ja, kommen wir vielleicht. Ja, ich bereite schon mal vor. Psst, wird ausgepusht. Ne, du hast Count of Life. Wie gesagt, das ist jetzt ab, lieber. Gut, reicht schon. Oh, ich ja. Oh, lol. Good of Life. Psst. Hat doch sonst keiner gesehen, Alter. Gott, den Superflash, doch. Den haben wir alle gesehen. Ey, ihr sollt nicht nur auf mich gucken, ey. Das find ich voll unfair. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Dankeschön, das ist lieb von dir. Ich hab nix gesehen. Das ist lieb von dir. Ich hab nix gesehen. So. Lass mal Botline fallen, kann ich eh nicht treffen so zur Zeit. Ach, kommt Botline ist miss. Äh, ich komm wieder Botline runter. Äh, Mitte ist miss. Ach ne, ist tot. Ja, da kann ich halt in Ruhe fahren, wenn die da rein poschen, ne. Problem ist nur, dass der... Ne, dann geh ich mir erstmal einen Redbuff holen. Dass der Twitch jetzt in meinem Jungle rumgammeln wird. Genau wie der Lee schon wieder. Und der Tarek auch Mitte. Die wollen Mitte. Ich hab kein TP mehr, aber der, ähm... Olaf fehlt halt nicht immer noch. Alles. Okay. Ah! Die ult. Tarek ult. Vorsicht. Der ist schon wieder vorbei. Ja. Ja. Ich geh nur noch so viel nach. Ich hab mal bescheuert mit dem Mitte. Ja. Ich hab mal bescheuert mit dem Mitte. Ja. Ja. Ich hab mal bescheuert mit dem Mitte. Schöne Holt. Good Job. Danke dir, Jesse. Oh, hab ich dich gerettet? Ich hab mich gerettet. Auf jeden Fall. Ja, doch. Das war schon sehr eng. Ja, ich sag ja. Ich hab ja den Flash benutzt, um die Axt zu dodgen. Wäre es mir geklapp gewesen, darum sag ich ja. Ja. Tower holen wir, dann gehen wir back, ne. Hey, warte. Wir können uns den, äh, lass uns den Herald holen. Hm, ich bin sehr low on mana. Ja, aber das ist nicht das große Problem, wenn wir das Auge treffen, ist das sehr für ein Ding. Obwohl es Marker ist auch da. Komm auch. Ja, ich hab auch nicht mehr ganz die Lava. Hier. Komm, wir teilen uns den. Wenn man das zweite Mal Base geht und instant einen Ravadons mit hat. So muss das. Oh. Kannst du fressen? Nee, leider nicht. Ich hab den. Okay. Das war weg. Hm, ich frag nur, weil da ein Smite ist. Oh, Fail Smite. Nice. Ja, einer musst du auch mitnehmen, ne? Mach ich. Ich will den nicht haben. Ja, ich auch nicht. Ah komm. Den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Ah, Flash. Dammit. Ich- ja, jetzt hätt' er's geahnt, ey. Wurde eigentlich Mitte ausrichten und dann botlane gehen. Ja, wir müssen unbedingt der botlane helfen, ne? Ja, die kommen nicht mehr. Das, das der Twitch welcher kriegt. Ich fgemacht nicht mehr. Wenn du eigentlich im Mitte ausbruchst und dann botbilir in gehen. bevor ich den herald rufen muss ja die kommen zu euch die kommen die kommen hier bitte ja der twitch denn muss sterben wenn du ein gestunt kriegst oder ich ihn holt wenn ich ihn zuerst geholtet kriege dann muss der ins dann sofort hinterher kommen dann haben man die kommen alle top lane wie es ja ich kann auch wir kriegen mich aber bot lane pushen ordentlich druck machen das habe ich nicht mitbekommen dass er so schnell alles gut ja konnte es kann man nichts machen aber botlein muss jetzt gegen pushen ja ich kann auch gar nicht noch nicht ich komme auch was ich denn noch mal die top lane ein bisschen machen wir unten hier ja das ist mein gegnerischen blue red ja weil herald sehr nice die können von mir aus den tower da haben wir kriegen ja sehr gut ich komme jetzt bot lane voll auf den twitch sobald ich drinne bin jetzt ja doch ein fahrer notgerächtig entschuldigung war zu easy ne ja ein wenig tut mir leid ihr süßen das war wirklich ich bekomme gar nichts mehr machen ich wollte euch nur vorbereiten tut mir leid oh ist nicht so schlimm so wir haben ihn nicht bekommen und ich hole einen drake ne mach woanders weiter oder kommst du noch her ja komm ich denke mir so lange danke mein halt gratis dicks ne ja natürlich achtung bot lane ja schmeiß schnell wir kommen runter okay lasst du ein bisschen rauskommen nicht am tower fighten ja jetzt auf den lee gut okay gut ist ein neues sehr schön und die gegner geben auf ja wieder auf und auf zu geben damit man dann kommen kann tja mal schauen vielleicht halten die gegner im nächsten game ja länger durch ich hoffe auf jeden fall dieses game hat euch gefallen und wenn ja würde ich mich wie immer über einen daumen nach oben einen netten kommentar oder vielleicht sogar ein abo sehr freuen in diesem sinne bis bald euer ram